Hey Leute, was geht? Hier ist Lust auf Eis, der Podcast von Eis.de. Ich bin der grüne Hendrik und vor mir sitzt die bezaubernde blaue Paula. Hallo! Worum geht's heute, Paula? Heute geht es um das wunderbare Thema Ecosex. Was es damit aufsichert, das hört ihr alles nach dem Intro. Lust auf Liebe? Lust auf Romantik? Lust auf ne Peitsche? Pornos? Lust auf Vergasmus? Lust auf was Neues? Lust auf Eis? Ja Hendrik, Ecosex. Sag mal, kannst du uns denn sagen, was das eigentlich ist? Na aber sicher doch. Ecosex. Die Sexökologie, auch als Ökosexualität bekannt, ist eine radikale Form des Umweltaktivismus, die auf dem Naturfetischismus basiert, der Idee der Erde als Liebhaber. Es lädt die Menschen ein, die Erde mit Liebe zu behandeln, anstatt sie als unendliche Ressource zu betrachten, die sie ausnutzen können. Eine sehr schöne Sache. Das stimmt. Tja, gegründet wurde diese Entwicklung, diese Bewegung sozusagen, von der Ex-Pornodarstellerin Annie Sprinkle und ihrer Frau Elizabeth Stevens. Tja, was machen die denn? Was machen die denn, ehrlich so? Es gibt natürlich zwei Arten von ökosexuellen Menschen. Es gibt einmal die Demisexuellen, die sind halt Menschen, die organische sexuelle Hilfsmittel kaufen, wie zum Beispiel Naturdildos oder biologisch abbaubare Tampons und sozusagen... Sexuelle Hilfsmittel, biologisch abbaubare Tampons. Ja gut, also alles möglich, was man so sexuellen beziehungsweise sich da reinstecken kann, was auch immer, das kaufen die halt. Und dann gibt es aber noch die andere Seite der Ökosexualität und zwar die Leute, die wirklich halt mit der Natur Sex haben. Ob das jetzt irgendwie seinen Schwanz in den Baumstecken ist oder halt sich einfach nur auf das Gras legen und sich irgendwie ein paar Blumen an die Haut streicheln, das ist jedem selbst überlassen, aber so in etwa ist das aufgebaut. Also die Bewegung schränkt sich schon so ein bisschen davon ab, dass sie eben ihre Genitalien in Baumlöcher stecken, sondern das ist nämlich mehr, weil das, also warum die das quasi machen und warum die, also wie die quasi der Erde als ihre Liebhaberin, ich sag mal, Lust verschaffen wollen, ist mehr oder weniger, dass sie für, also der Hintergedanke, was auch in deren Manifest sozusagen festgeschrieben ist, ist eben, dass die Erde für sie nicht als Mutter Erde angesehen wird, also als Mutter, die immer gibt und gibt und gibt, sondern als Geliebte, die eben Schutz braucht und auch Zuneigung braucht. Und daher entsteht sozusagen dieser sexuelle Gedanke. Jetzt ist es eben nicht so, dass die ihre Genitalien in Baumlöcher stecken, sondern mehr so, dass sie den... Nicht unbedingt. Nee, die schränken sich davon ja schon ein bisschen ab, also zumindest die Bewegung an sich. Und dass sie quasi die Erde, also mit der Erde Sex haben durch ihre Sinne. Also zum Beispiel durch das Laufen mit Barfuß über den Rasen massieren sie den Rasen umarmen Bäume und streicheln Bäume und streicheln Pflanzen und Büsche und genau sowas. Buchsbäume. Ja. Alles Mögliche. Ja, spannend. Henrik, hast du denn schon mal einen Baum um Amt? Ich hab noch nie einen Baum um Amt. Echt nicht? Warum sollte ich einen Baum um Amt? Weiß ich nicht, ich hab auch schon mal einen Baum um Amt. Das ist jetzt nicht so fernab, finde ich. Für mich schon. Also ich hatte immer so im Kopf, gerade auch so im Kindergarten zum Beispiel oder in der Grundschule, wenn man dann so irgendwie so eine Sonnenkreise morgens macht, um so wach zu werden, dass man dann, und wir sagen hallo zur Sonne und wir sagen hallo zum Boden. Und dann hat man halt ab und zu noch mal einen Baum um Amt. Da war jetzt nichts Sexuelles natürlich dahinter, aber es war mehr so, hallo Mama Baum. Genau sowas. Okay. Cool. Cool. Was hältst du so im Allgemeinen erstmal davon? Weil es ist ja schon ein besonderes Thema, würde ich sagen. Das stimmt. Es ist schon eine eher besondere Bewegung. Also falls übrigens jemand davon jetzt gerne auch eine visuelle Darstellung haben möchte, einfach mal bei YouTube eingeben, da gibt es ganz tolle Dokumentationen darüber. Und also ich muss sagen, ich verstehe den Grundgedanken. Ich finde das eigentlich auch ein sehr positiver Grundgedanke, dass man eben der Erde mehr was zurückgibt, als halt nimmt die ganze Zeit nur. Und natürlich übertragen die Leute, die eben in dieser Bewegung drin sind, auch ihre Sexualität in Anführungsstrichen auf ihren Lifestyle. Das heißt, sie kaufen halt, also sie versuchen halt nicht, also so gut wie nichts mehr zu kaufen, irgendwie neu. Und wenn sie dann halt mal irgendwie was kaufen müssen, dann halt regional und halt auf Märkten oder direkt aus der Natur und sowas halt. Und das ist an sich ja schon ein guter Gedanke. Wie man das jetzt ausführt, also inwiefern ich mich jetzt auf eine Wiese legen würde und mich dadurch sexuell erregt fühle, ist eine andere Sache. Aber an sich zum Beispiel auch das Gefühl, so die Natur, wenn die Natur einen berührt irgendwie, wie zum Beispiel auch Regen auf der Haut, das zählt ja auch. Oder Wasser generell oder wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt und am Strand steht und dann so die Finger in den Sand bohrt, einfach mal um wieder Sand unter den Fingernägeln zu haben. Das sind alles an sich Gedanken, die ich schon auch angenehm finde. Also jetzt vielleicht nicht in dem Sinne, also ich würde schon sagen, dass mich das irgendwo erregt, aber primär auch wegen dem Gedanken, also zum Beispiel Urlaubsgedanke. Aber nicht sexuell sozusagen. Naja, also ich hätte dann, in dem Moment habe ich schon mehr Bock, als ich jetzt hier Bock habe an diesem Tisch sozusagen, weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen, also ich würde es nicht komplett ausschließen. Also ich finde, die Natur ist ja an sich auch eine schöne Sache so. Das ist vollkommen richtig, das ist vollkommen richtig. Außerdem Umweltaktivismus ist ja immer was Wichtiges, gerade zur heutigen Zeit, da sollte man sich auf jeden Fall an die Nase fassen, jeder Einzelne. Und ich muss sagen, ich dachte erst, what the fuck, was gibt es für Sachen auf dieser Welt? Aber ich meine, erstens, diese Menschen tun einem nichts. Vielleicht beugt man sie ein bisschen anders als andere Menschen, weil es ist jetzt nicht ganz normal, wenn sich jetzt, oder was heißt normal? Aber man sieht es nicht alle Tage, wenn sich jetzt jemand im Gras irgendwie rumwälzt und dabei stöhnt. Aber ich meine, wenn sie einem nichts tun und wenn sie... Wenn sie einem nichts tun? Nein, aber die tun ja einem nichts. Und wenn sie sich für die Erde einsetzen, ey, da kann man doch eigentlich nur Props geben. Ja, ist... Also von daher, es ist eine tolle Sache. Dazu noch gesagt, das ist auch wichtig, jeder kann nämlich ökosexuell sein. Ökosexuell bezieht sich nicht auf irgendwie nur Schwule, nur Lesben oder nur Transsexuelle oder nur Hetero. Jeder Mensch kann ökosexuell sein, egal was du oder wie du was liebst. Das ist quasi so eine Parallelbeziehung. Genau. Genau, so stelle ich mir das vor. Genau, stimmt. Eine Parallelsexualität. Stimmt, stimmt. Da hat man den einen Partner und die Mutter... Nee, und die geliebte Erde. Genau. So. Richtig. So. Seine Mutter sollte man nämlich nicht sexuell befriedigen wollen. Cool. Damit das auch geklärt wird. Also ich dachte halt wirklich, wie gesagt, Ökosexualität sind halt irgendwelche Menschen, die sich da nur irgendwie im Gras wälzen. Aber es ist ja ein viel größerer, also es ist ja eine große Bewegung. Geschätzt wurden jetzt bis zu 100.000 Menschen auf der Welt, die ökosexuell sind. Das ist echt wenig. Naja, schon, aber für so eine spezielle Bewegung finde ich das eigentlich schon okay. Also ich denke, das wächst bestimmt noch. Und von daher, außerdem haben sie auch was Krasses im LGBTQ, wie sagt man, in der LGBTQ-Reihenfolge oder in dem LGBTQ-Satz, haben sie auch ihre eigenen Buchstaben bekommen. Und zwar das E. Im LGBTQ, und dann geht es ja noch weiter, steht das E offiziell für Eko-Sax. Abgefahren, herzlichen Glückwunsch. Ja, ne? Und sind auch bei jedem oder bei vielen Pride-Movements immer dabei, zum Beispiel das letzte Mal ins San Francisco oder sowas. Also von daher, das ist, ich sag mal nicht weit verbreitet, aber es ist größer, als ich gedacht hätte. Also ich bin ja noch enttäuscht von der Zahl. Da kann auch ein bisschen was werden. Ja, man muss halt das mögen. Das ist ja auch eine andere Sache. Ja, aber trotzdem. Die Liebe zur Erde, ich glaube, da gibt es viele Menschen auf der Welt, die da rein theoretisch auch joinen wollen. Die sich nur nicht trauen, also traut euch mal. Traut euch mal, genau. Ja, abgefahren. Aber wie ist das denn? Also Eko-Sex heißt ja nicht nur eben, dass du dich da alleine im Gras fällst oder so, sondern das ist ja zum Beispiel auch eben, wie du schon gesagt hast, wenn jemand eben Natural-Sex-Toys kauft oder so, oder eben zum Beispiel ab und zu mit dem Partner draußen Sex hat. Wie oft hattest du schon unter freiem Himmel Sex? Ich glaube, zwei, dreimal bestimmt. An welchen Orten so? Also wo so? Einmal an einem Strand und ich glaube sonst zweimal im Wald. Ja. Einmal kalt, einmal was warm. Ich finde zum Beispiel, also ich finde, wie gesagt, diese sogenannten Demisexuellen, die das halt mit den sexuellen Hilfsmitteln da, das finde ich eine spannende Sache. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich so dieses, ich sag mal, in die Hardcore-Richtung gehe und ja, irgendwie Regen an meinem, also bewusst toll finde. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ich finde zum Beispiel krass mit den Naturdildes und den abbaubaren Tampons, warum nicht? Also das ist doch, das ist ja nichts Verwerfliches und das hilft ja immerhin. Von daher kann man das nur unterschreiben, denke ich. Ja. Wie oft war es bei dir? Weil du bist da ja eher hingezogen als ich, würde ich sagen. Ja, das glaube ich auch. Wenn du schon so darüber redest. Ich habe auch gerade mal darüber nachgedacht, woran das wohl liegt und da hatten wir ja schon mal ein Thema auch das angesprochen oder auch, ich rede auch in letzter Zeit viel darüber zum Beispiel, welchen Sinn man aufgeben würde. Und also, und ich zum Beispiel meinen liebster Sinn, also der Sinn, der mir am wichtigsten Sinn ist, ist der Tastsinn. Und vielleicht nehme ich das auch deswegen anders wahr. Also dadurch, dass, ja doch, ich bin schon da sehr, sehr bedacht auf, wie sich Sachen anfühlen und dementsprechend, ich feiere zum Beispiel auch, wie sich Moos anfühlt. Ich finde das total cool und ich fände es schon geil, so ein Moosbett zu haben. Ich glaube, das ist extrem bequem. Das glaube ich. Ja, oder sowas. Also dementsprechend, glaube ich, kommt das eben daher, dass das auch unter anderem mein liebster Sinn ist und sich natürliche Dinge dann auch teilweise sehr, sehr schön anfühlen können. Und Regen auf der Haut ist sowieso total heiß. Ich weiß gar nicht genau, wie oft ich schon Sex draußen hatte. Also jetzt noch nie so bewusst. Ja, also es war mehr so, man ist halt da und dann hat man halt Bock gehabt und deswegen hat man es dann halt gemacht. Also ich glaube, zweimal am Strand, einmal auf einer Wiese. Ich glaube, das war es erst mal soweit. Aber das ist ja auch so das Ding, wenn man das sozusagen bewusst, wie du schon gesagt hast, wenn du den Tastsinn als dein Lieblingssinn, wenn man das so sagen will, wahrnimmst, dann nimmt man das ja viel mehr wahr als andere Menschen. Wenn man sozusagen viel mehr darauf achtet, weil du achtest zum Beispiel bestimmt mehr drauf, wie sich Sachen anfühlen, vielleicht auch sogar unbewusst, als ich zum Beispiel. Bei mir, denke ich, wäre es, glaube ich, eher so das Gehör, das ich auf keinen Fall aufgeben könnte. Wegen Musik halt. Interesting. Krass. Aber vielleicht zählt sowas ja auch irgendwie dazu, oder? Ich habe mir gerade so überlegt, klar, der Tastsinn ist zum Beispiel, oder auch so Blumengeruch. Ja, genau, das wollte ich auch klar sagen. Es gibt ja auch die Gerüche, also zum Beispiel, wenn es draußen nach Gewitter riecht. Ich finde das total geil. Also da würde ich auch, da bin ich auch sofort, also so aufgeregt. Und aufgeregt und Erregung liegt jetzt, glaube ich, auch noch nicht so weit voneinander entfernt. Oder zum Beispiel Fliederduft, oder wenn es nach dem Regen so richtig nice riecht. Oder Gras. Oder Gras, Leute. Nein, die frisch gewählter Rasen. Ja, ja, oder Gras. Oder Gras, for real. Ja, das ist, also ich kann es schon, ich kann es schon verstehen. Ja. Ich glaube auch, die Menschen, oder ich glaube, ich bin eingeschlossen, wenn man sich sowas zum ersten Mal anguckt, und gerade diese Doku, die wir da, oder diese Dokus, die wir da gesehen haben, ich glaube, man muss erst mal sich komplett da einlassen mit. Also man sollte auf jeden Fall mit einem offenen Auge, mit allem möglichen Offen, was man hat, da rangehen. Weil, ja, also, weil sonst, glaube ich, guckst du die Leute an und bist so, was ist das denn für ein verrückter Scheiß? Aber wenn du, glaube ich, so... Ja, das denkt man erst mal auf den ersten Blick. Aber genau, wenn wir jetzt eben auch darüber reden und darüber nachdenken, so, dann ist das gar nicht mehr so fern. Und ich meine, ja, wie wir auch bescheuerte Pornos gucken, ist das halt dann eben, ja, ziehen die sich halt so einen schönen Naturfilm rein. Ja, Naturfilm zum Beispiel. Also ich glaube, es ist natürlich so, ich glaube, es ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig, natürlich irgendwie. Also ich glaube, es war schon auf jeden Fall befremdlich, das zum ersten Mal zu sehen, wenn sich da jemand mit Erde einreibt oder sowas. Ich muss sagen, ich hatte auch als allererstes irgendwie so den Gedanken, als da sich jemand quasi mit einem Busch gepaart hat, sage ich jetzt mal. Ich habe, wie man sich jetzt richtig das ausdrücken soll, Liebe mit dem Busch gemacht hat. Richtig. Da dachte ich mir in dem Moment, Mann, ja, der Busch, der kann ja nicht weglaufen. Boah! Hast du keine Ahnung? Und das war so mein erster Gedanke, der arme Busch. Der arme Busch. Ja, aber wenn man... Das klingt so mies. Aber wenn man sich dann halt so ein bisschen reinliest, dann kann man das irgendwie schon mehr nachvollziehen, dass es eben weniger den Sexuellen hinter Gedanken hat, als eben diesen Liebesgedanken dahinter. Und dann ist, da hat der Busch schon Glück gehabt. Da hat der Busch schon Glück gehabt. Ist ja auch viel, also es zählt ja auch viel so Meditation und irgendwie Selbstbeherrschung, glaube ich, dazu, oder? Na, eher Spiritualität als Meditation. Was hat hier Annie Sprinkle hat zum Beispiel... Spiritualität gehört doch zu Meditation. Ja, ja, Meditation gehört zu Spiritualität, aber Meditation ist ja quasi nur eine Umsetzung. Ist auch unwichtig jetzt an der Stelle. Annie Sprinkle hat zum Beispiel gesagt, also die Gründerin, dass quasi Ego-Sexuality halb im Kopf stattfindet und halb in real life sozusagen. Also halb half imagination, half real. Und das stimmt eben natürlich, eben wie wir das jetzt sehen und denken uns so, ach du großer Gott. Und wenn wir dann aber erstmal darüber nachdenken und uns da so versuchen reinzuversetzen. Und ich meine, wenn man jetzt anfängt zum Beispiel als Mutter Erde, Mutter Erde, sag ich es auch, ich meine als die geliebte Erde sozusagen, die Erde anzusehen, so, dann macht das schon, also finde ich das sehr interessant. Das glaube ich auch. Könntest du dir vorstellen, das mal so auszuprobieren oder so wirklich zu praktizieren? Nein. Nein? Also ich liebe die Erde, so, ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Mutter ist, aber ich würde auch nicht sagen, dass es meine Geliebte ist, es ist halt meine Heimat, so, mehr oder weniger. Und ich glaube, es ist, also der, wie gesagt, der Grundgedanke, dieses, der Erde zurückzugeben, den sollte man ein bisschen mehr verinnerlichen. Und dann die Erde so gesehen dann auch so zu behandeln, wie rein theoretisch etwas, was eben kostbar ist, wie eine Geliebte, was geschützt werden muss, ist ja an sich ein schöner Gedanke. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht anfangen, Bäume zu umarmen, sondern mehr halt versuchen, eben meinen Lifestyle darauf abzustimmen, dass ich der Erde quasi was zurückgebe. Aber so zum Beispiel so Natur-Dildos oder so, so eine Sachen könntest du dir schon eher vorstellen, als die Richtung hinlegen auf das. Ich finde es zum Beispiel immer interessant, mit jemandem sich darüber zu unterhalten, der das wirklich krass praktiziert. Weil ich glaube, so eine andere Sichtweise darauf zu haben, wie wir oder ich als Laie, der das eher als befremdlich ansieht, ist, glaube ich, immer super, super, super interessant. Und wenn die einfach das mal aus ihrer Sichtweise erklären und dann checkt man vielleicht mehr Sachen, die man irgendwie davor nicht gecheckt hat und dachte so, die haben da alle einen an der Waffel. Ja, das ist sowas ähnliches, habe ich mir auch schon gedacht. Und eigentlich müsste man das ja wahrnehmen, weil zum Beispiel die liebe Annie Sprinkles und hier ihre Frau da, Elisabeth Stevens, die machen auch eben so Touren oder so Workshops, Kunstsachen und so und unter anderem auch in Deutschland, in Kassel. Also vielleicht gehen wir da das nächste Mal einfach mal hin und checken das mal aus, die Bewegung. Bestimmt, können wir ja machen. Ja, safe. Also dann können wir ja darüber dann nochmal berichten. Vielleicht können wir da auch so einen Live-Beitrag oder so bringen. Abgefahren. In der freien Natur. Genau. Ach, ich glaube, das ist spannend, das ist spannend. Und im Endeffekt, ja, geht es ja auch nur um den Umweltaktivismus, oder? Also in einer anderen Form ist es ja einfach nur so, wie die Definition das ja beschreibt. Ja, ich würde es für mich wirklich auch eher so sehen, dass wirklich diese extreme Eco-Sex-Form aus Umweltaktivismus quasi eine Sexualität entstanden ist sozusagen. Ja, genau, genau. Also, dass es nicht zwingend direkt um den Umweltschutz geht, sondern eben um die Auslebung dieser Sexualität aufgrund des Umweltschutzes, also aufgrund der Erhaltung der Welt sozusagen. Ja, also es zieht sich ja da raus. Was glaubst du, also kannst du dir vorstellen, dass Menschen, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ja, ich bin ökosexuell und die Menschen sagen erstmal so, okay, keine Ahnung, was ist das? Und dann sozusagen das zum ersten Mal sehen, wie wir jetzt, was glaubst du, was so die erste Reaktion darauf sein wird? Ähnliche Reaktionen wie bei uns. Nur ich glaube, dass, also wir haben uns jetzt ja offensichtlich mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, dass natürlich viele sagen werden, was für Spinner. Kommt auch aus Berlin. So fangen auch irgendwie ziemlich viele Artikel an, habe ich das Gefühl, die ich jetzt so gelesen habe, wo dann da vorstellt, hä, sind die alle verrückt? Fragezeichen oder was ist denn da los? Aber dann im positiven Dreh, ne? Also das im Endeffekt sozusagen. Nee, und dann quasi, also es wurden mehr negative Fragen gestellt und dann quasi. Wirklich? Und dann quasi objektiv, in Anführungsstrichen, darauf geantwortet, um es so zu erklären. Aber die, also die Ausgangslage ist schon so, dass wenn du den liest, also wird der schon so vermittelt, so. Man denkt sich erst mal, sind die verrückt und blablabla. Also keine Ahnung. Ich finde aber in den Blogs, ich finde die sind sehr respektvoll, wenn es, also so, in so einem Blog habe ich mich mal durchgefrostet, da waren die sehr respektvoll deswegen. Also die waren natürlich auch so, okay, ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, aber die tun ja keinem was. Und von daher kann man sich das doch mal gerne anhören. Und man erweitert ja sozusagen so sein Bewusstsein. Und das ist natürlich sehr wichtig im Leben. Welche Frage ich mir noch stelle, die ich auch selber, für mich weiß ich nicht, ob ich die beantworten könnte. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernst und da stellt sich raus, beziehungsweise die erzählt dir dann, ja, die ist auch ökosexuell oder ekosexuell. Würdest du dann quasi, also würdest du dich darauf einlassen, auf das ganze Ding und vielleicht mit ihr dann auch in der Natur durchaus mehr aktiv sein? Oder wie stehst du dazu? Also wäre das für dich so ein absolutes No-Go? Ich glaube erstmal schon. Ich glaube, ich bin da relativ offen, aber ich weiß nicht, wie weit ich gehen würde. Zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel jetzt nicht so appetitlich, sage ich mal, wenn ich mich mit Erde einreibe oder sowas. Ich sehe das jetzt nur irgendwie, wenn man mal im toten Meer ist und ich dann mit Schleim einreibe, damit es für die Haut gut tut. Okay, aber sonst, ich glaube erstmal würde man damit im Reinen sein und dann irgendwann würde man auch einen Schlussstrich, also nicht einen Schlussstrich, aber so sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Aber ansonsten ausprobieren, warum nicht? Ja, ich habe da auch immer so die Vorstellung, also wir denken jetzt hier gut in Deutschland viele Wälder und viel Erde und Moos und so, aber es gibt natürlich auch andere Naturformen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt in Asien bist oder so, dann hast du da so einen tollen im Dschungel, so irgendwie einen Wasserfall oder so Wasser-Bassons. Und ich meine, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sowas erregt mich vom Grund her dann schon, wenn ich rein theoretisch jemanden dabei habe, mit dem ich da so Sex haben könnte, dann würde ich das vermutlich auch tun. Weil wer will nicht gerade mal Sex im Wasserfall haben, ich weiß nicht. Das stimmt, das stimmt, das ist natürlich cool. Ja genau, und sowas, also sowas zum Beispiel. Ja, ich glaube aber bei mir wäre es dann erstmal, oder wenn man jetzt, sag ich mal, keinen ökosexuellen Partner hat, wäre es erstmal nicht, dass irgendwie die Umwelt, was mich da geil machen würde, sondern einfach der andere Partner. Und dann guckt man halt, oh guck mal, ein Wasserfall, tschillig. Tschillig. Also ich habe davor zum Beispiel noch nie darüber gehört und irgendwie ist es ja halt auch so ein Ding, was man jetzt nicht tagtäglich hört, sage ich mal. Ja, aber ich meine, durch den Wandel der Sexualität in den laufenden Jahren, weiß nicht, ich glaube, wenn man das jetzt jemandem vor, ich sag mal, 40 Jahren gesagt hätte, der hätte sich erstmal gedacht so, what the fuck, what the fuck, es gibt doch nur die Frau ist in der Küche und der Mann macht das, weißt du. Und heutzutage ist das alles irgendwie viel offener, was super ist und von daher haben die ihre Freiheit. Ich glaube, das ist auch eben eine Sexualität, die geht so, also die ist jetzt auch, wird immer aktiver eben durch diesen ganzen Klimaschutzwandel sozusagen. Das weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass die größer wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Mitglieder noch geben wird, aber ich glaube nicht, dass die so einen richtig krassen Schwung haben wird. Weil man kann sich ja auch für die Umwelt begeistern, ohne ökosexuell zu sein. Nee, safe, aber ich meine, es gibt ja viele Leute, die eben auch sich für die Umwelt viel einsetzen und vielleicht jetzt nicht aktiv sich als ökosexuell bezeichnen würden, aber eben, wie ich schon auch sage, halt gerne mal in der Natur Sex haben oder eben das so ganz anders wahrnehmen, wenn sie eben die Struktur eines Blattes spüren oder eben halt Wasser auf der Haut. Und ich glaube schon, dass das, zumindest das Bewusstsein dafür, wie sich die Erde für einen anfühlt, wächst eben durch diese ganze Umweltaktivismusbewegung und die ja auch eben stetig wächst und immer wichtiger wird. Und dann halt, wenn das Bewusstsein dafür auch wächst, wie sich eben die Welt für dich anfühlt, glaube ich, kann auch das Bewusstsein dafür wachsen, was das sexuell so für dich bedeutet. Und dementsprechend glaube ich schon, dass die noch viel Zulauf haben werden in Zukunft. Ja, das wird man ja dann sehen. Also viele Leute, glaube ich, die sagen mir eher Zulauf, aber viele Leute, die offen für sich dann, also nicht einsehen, offen für sich dann merken, dass das eben doch auch was vielleicht für sie ist. Also einfach eben dieses auch, ja, Demi, Demi irgendwas. Mal gucken. Wir müssten eigentlich mal gucken, wie das so in zwei, drei Jahren, wie die Zahlen dann davon, ob die gestiegen sind oder nicht. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Mega. Kennst, also so ganz pauschal gesagt, kennst du jemanden, der ekosexuell ist oder anders gefragt, wenn du keinen kennst, aber hast du jemanden, wo du sagen würdest, okay, der ist schon eher dahin gezogen als andere Menschen? Ich habe schon, also das habe ich auch, witzigerweise habe ich auch darüber nachgedacht. Aktiv würde mir jetzt keiner einfallen, wo ich sagen würde, okay, der ist ekosexuell. Also sexual. Aber wenn, also ich habe schon den einen oder anderen Kandidaten, hätte ich im Kopf, wo es durchaus sein kann, dass das der Fall ist, aber jetzt nicht offen kommuniziert sozusagen. Ich glaube, das sind primär auch die Leute, die eben auf Umweltschutz fehlachten oder eben auch auf so eine, also mit so einem spirituellen Gedanken leben, weil ja auch dann spirituell den Körper, den Geist mit der Umwelt vereinen und so. Und bei denen können, also bei einem Teil könnte ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, ich kenne leider noch keinen. Ich glaube, da gibt es zu wenige, die sich dafür, sage ich mal, aktiv interessieren. Aber wäre mal witzig, so jemanden zu treffen und mit jemandem ein Bier zu trinken, der da ihm das erklärt. Schreibt da doch mal. Richtig, schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr ökosexuell seid und wir würden uns gerne darüber freuen, wenn ihr uns mal das genau erklärt. Oder welche Art, also falls einer von euch offen ekosexuell ist oder vielleicht auch nicht weiß, ob er ekosexuell ist oder generell vielleicht auch Erfahrungen damit schon gemacht hat und wie setzt ihr sowas um? Also wie wird das sonst noch umgesetzt? Ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche Arten und ja, da bin ich echt, wäre ich echt sehr gespannt auf jeden Fall darauf, was ihr so zu erzählen habt zu dem Thema. Richtig, schreibt uns eine Nachricht, slidet in die DMs bei Instagram, eis.de, genau. Sehr motiviert gesagt. Ja, oder schickt uns eine Mail an podcast.eis.de und wir freuen uns auf jeden Fall mega über eure Storys oder eure Meinung zu dem Thema und wünschen euch erstmal eine wunderschöne, besinnliche Woche. Genau, also, tschüssi. Ciao. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020